Ja hallo Leute und damit willkommen zurück auf Creative Simon und zu einer weiteren Folge von Minecraft Live. Ich hoffe mal ihr hattet einen schönen Start in die Woche. Zumindest sollte das stimmen, wenn das Video heute am 3.12. müsste das dann sein, hochgeladen wird. Auf jeden Fall habe ich das Riesenrad gebaut. Ich erinnere mich noch an den Stream, da sagte irgendwie einer der Zuschauer so Ach Simon, das Riesenrad, das passt ähnlich, das schaffst du nicht. Ich dachte mir nur so im Inneren, dem werde ich es zeigen. Und heute ist es soweit. Ich weiß leider nicht mehr wer es von euch war und ich habe es im Stream auch nicht gefunden. Auf jeden Fall ist das Riesenrad drin und zwar in Minecraft. Es ist zwar alles sehr eng, aber es geht und wir haben jetzt hier eine kleine nicht designte Höhle. Und da wird dann durchgefahren und dann kommt man hier vorne ganz normal wieder raus. Und hier oben steht dann einfach das Riesenrad drauf. Klar, es ist zwar alles so ein bisschen gequetscht hier in der Ecke, aber ich finde es sollte einfach mit rein, weil das ist auch nochmal so eine Auszeichnung wert. Denn das gehört einfach zum Ratsum Freizeitpark. Und wie immer wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Zuhören der Musik oder was mich natürlich noch mehr freuen würde, mit dem Anschauen des heutigen Speed Builds. Und wie immer wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Zuhören der Musik oder was ich jetzt viel Spaß beim's? Vielen spannende Musik esätter! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020